Hey Leute, ich bin's, euer Loco und heute natürlich wieder in Notruf, Hamburg. Heute bin ich wieder als SEK-Polizist unterwegs. Mit der Sniper werden die Kriminellen keine Chance haben, Leute. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, denn die meisten von euch haben das noch gar nicht getan, die meine Videos schauen. Viel Spaß beim Video, Leute. So, da holen wir uns schnell mal die Schicht hier als SEK-Beamt dann natürlich, Leute. Wir füllen nochmal unsere Waffen schnell auf, damit wir hier auch nicht unterwegs, denn aus Versehen Munition, dass unterwegs aus Versehen unsere Munition leer geht, ist mir nicht so gut, Leute. Mal gucken, wie viel XP wir jetzt eigentlich schon haben. 5.800, 6.300 brauchen wir für den Audi, schade, Leute. Bleiben wir erstmal bei dem. Ist aber auch nicht schlecht. Oh, da wird auch schon direkt was ausgeraubt. Der Tankstellen, die interessieren mich nicht so, die sind aber so schnell weg, bevor man überhaupt da ist, Leute. Mal gucken, was wir heute so mit der Sniper und einem anderen so anrichten können. Fahr hier mal vorsichtig lang erstmal. Wir benutzen erstmal gar nicht die Sirenen. Vielleicht sind wir dennoch erstmal ein bisschen undercover, Leute. Wie benutzen wir die Sirenen, um einfach nicht bezahlen zu müssen? So, Leute. Hier ist nichts los. Wir werden mal ein normaler Verkehrspolizist sein als SEK, damit wir halt bessere Ausrüstung haben. Was ist hier los? Der versperrt den Blitzer, glaube ich. Da ist jemand runtergefallen. Hilfe, Leute. Oh, da oben ist auch jemand. Leute. Die kriegen wir doch auch. Schaffen wir, da bin ich mir sicher. Oh, das gab einen Headshot. Zack. Einen haben wir, Leute. Oh. Der ist direkt da runtergefallen. Ich glaube, da oben war noch einer. Ich glaube, er ist hier hinten irgendwo hoch. Ich werde das mal versuchen. Ah ja, hier. Zack, Leute. Groß Justus hat es auch nicht geschafft. Zack, den, 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 den. Wir haben ihn erwischt, Leute. Da habe ich leider Paul nicht dabei. Das wäre ganz gut. Der könnte den hier schnell hochholen und ich könnte ihn verhaften. Oh, da ist der Zug, Leute. Richtig cool. Der hat mir eine so gute Abkürzung zum Hafen gezeigt als Krimineller. Schaut ihr das, Leute? No, 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 no. Ich glaube, der will nicht, dass er einen verhaftet. Oh, die Bank. So, Leute, der Notarzt ist da. Der wird den jetzt hier gerade schon am Hochholen. Das ist sehr gut. Der wird ja auch gleich mein Gefangener sein. Gross Issues. Ja, das verstehe ich. Und der wird auch festgenommen. Zack. Du darfst ihm natürlich auch noch ein paar Infektionen geben. Wenn du möchtest, gib ihm ruhig noch ein paar. Dann machst du auch noch ein paar XP da durch. Gehen wir schon langsam in die Richtung. Verwerter, Gefangener. Damit bist du jetzt vollwertig aufgeheilt und bereit für dein Gefängnisaufenthalt. So schnell kann es denn auch gehen, wenn ihr hier mich als Polizisten in eurem Server habt. Als Sniper habt ihr keine Chance. Und da sind wir auch schon. So schnell. Gott sei Dank nicht weit weg. Leute, da werde ich direkt überfallen. Schnell, Leute. Wir essen ein bisschen. Da taucht auch Gott sei Dank mehr Polizei auf. Virus braucht meine Unterstützung. Oder unsere. Ja, aber in der anderen Richtung. Nee, ist nicht so gut. Ich glaube, wir versuchen, den noch zu verhaften. So, Leute. Damit haben wir schon mal seine Reifen kaputt gemacht. Sehr gut. Damit kann er schon mal nicht so weit kommen. Den, 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 den. Er baut halt früher oder später definitiv einen Unfall, Leute. Oh ja, genau wie ich aber. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, er hat sich ausgelockt so schnell, ja? Das kann sein. Schade. Er war auch noch schnell genug. Krass. Mit dem Ausloggen. Oh, mein Auto ist gleich kaputt, Leute. Ich fahre wieder kurz zum ADAC. So, Auto ist wieder heil, Leute. Jetzt fahren wir auch noch mal schnell zur Tankstelle. So, getankt haben wir jetzt auch, Leute. Da hat ein Polizist irgendwie gehult. Wir fahren ihm mal hinterher. Er fehlt hier einfach. Über die Insel haben die auch schon oft genug gemacht. Wir versuchen heute mal ein bisschen normaler zu sein. Oh, Schüsse. Das muss beim Gefängnis gewesen sein, Leute. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Da fahren wir mal ganz schnell hin. Aber wo? Oder doch? Hier ist es doch wieder irgendwo. Aha. Leute. Da war der Kriminelle. Och, Mann. Das ist echt so nervig. Als SEK-Beamter passiert das auch so häufig. Er ist geflüchtet und wurde festgenommen. So soll es sein. Leute, der Juwelier wird ausgeraubt. Da fahren wir doch direkt mal hin. Wir haben derzeit Streifen gefahren. Rote Ampel, kein Problem für uns. Schade. Wir hätten ja auch die Abkürzung da oben mal probieren können. Dann wären wir direkt da gewesen. Nächstes Mal machen wir das mal. So, wir sind gleich da. Waren ja gerade Erdlöcher? Oder waren das so Ölflecken an der Straße? ADAC steht mitten auf der Straße. Das ist natürlich auch sehr gut. Hat ja gar keine Berechtigung zu. Ich höre jetzt mal auf. Ja, wurde ich doch gepackt. Ist eher hin. Geschwindigkeitsverstoß. So, nein, Leute. Zweimal jetzt. Ich glaube, ich gebe das gleich nochmal alles ab. Neuer Server, neues Glück, Leute. Neuer Server, neues Glück, Leute. So werden wir hier. Mal gucken, was wir hier so an Leuten kriminell erwischen werden. Kriminellen Leuten hier. Zack, die Ampel wird auch grün. Müssen wir uns gar nicht bemerkbar machen als Polizist. So, fahren wir mal hier Richtung Juwelier. Ach, perfekt. Perfekt, Leute. So, Leute. Da braucht ihr gar nicht probieren. Mein Schießen ist auf der Nähe gar nicht gut, Leute. Das macht gar keinen Sinn. So, und zack. Ist er mal festgenommen. Das ging ja doch recht schnell. So, Uppsala. Zäh, de, 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 de. Oh, da ist schon wieder eine Kuh. Oh, was war das denn hier? Der Stein. Die Ausdrucksstelle wird auch ausgeraubt. Zack. Gerade frisch beim Juwelier. Versuchte Festnahme. Beide haben sich ausgelockt. Perfekt. Der Farmshop. Okay, ich glaube, den versuchen wir mal als erstes, Leute. Den ersten Versuchung war mal zu helfen. Oder zu bekommen noch da. Das schaffen wir auch, glaube ich. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Das ist so ein dummer Weg. Zu früh. Zu früh, zu früh. Oh, und das war gegen den Baum. Aber das Geld ist ja Gott sei Dank relativ viel auch da. Können wir den hier langschnitzend? Aber ich bin ein zu weit auch schon gefahren. Da war es. Da ist es, Leute. Mit Lamborghini habe ich natürlich keine Chance. Oh, Leute. Die Dinger haben sie jetzt ja gerade gar nicht gebracht. Mit Lamborghini, da brauche ich mich gar nicht mit anlegen. Mit dem wahrscheinlich auch gleich im Atemzug davor die Osto-Tankstelle. Ne, gut, Leute. Das wird nichts. Perfekt, Leute. Ich habe gerade nur jemanden mit dem Auto verfolgt auf der Autobahn. Ich habe gerade sein Kennzeichen gecheckt, gesehen, dass der Kriminell ist. Der hat sich ausgeloggt und sitzt jetzt im Knast. Und ich habe schon drei versuchte Festnahmen auf dem Server gekriegt. Also läuft gut, Leute. Leute, ich habe gerade jemanden verfolgt. Der ist schnell in das Polizeiauto. Seht ihr das? Die unterhalten sich. Die haben, glaube ich, auch wieder nicht gemerkt, dass ich mit drinne bin. Sobald er rausgelassen wird, wird der direkt verhaftet. Oh, er lasst ihn sogar hier raus. Zack. Geil ist hier. Verdammt, das haben wir doch gut erledigt, Leute. Mir entkommt hier niemand. Jetzt wird es ein langer Weg. Oh, Mann. Den bringen wir zurück. Auch wenn es Jahre dauert. Den tun wir auf jeden Fall nicht in das Auto rein. Da gehen wir so verlassen. Das hat ja so keinen Zweck hier mit einem Kriminellen. Gut, Leute. Wir gucken mal, wenn wir ihn noch so machen können mit ihm. Vielleicht können wir hier schwimmen oder baden gehen. Wir helfen mal hier. Nur Millionen zählen. Okay. Mal gucken. Wir haben ja eh wenig Chance, den jetzt zu bekommen, Leute. Leute, war einfach mal cool. Aber jetzt fahre ich mal noch zum Polizeirevier. Leute, ich glaube, wir werden einfach mal jetzt korrupte Polizisten. Ah, ich kann das hier nicht aufnehmen. Bringt leider gar nichts. Wir helfen ihm jetzt einfach mal, falls hier irgendwer reinkommen sollte. Geh, ich helfe dir lieber. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Korrupter Polizist. Korrupter Polizeibeamter. Gaming Nerd. Polizist. Ja. Leute, der Juwelier wurde gerade frisch ausgeraubt. Ich war gerade an der Bank, als die Nachricht kam. Weil so wie das aussah, ist hier die Verfolgung schon groß. Oh, ich wurde getötet vom Zug. Oh nein, ich wurde erledigt vom Zug, Leute. Notarzt ist aber auch schon da, sehe ich. Ach man. Lief nicht so gut. Ey, danke. Da stehen wir auch schon wieder, Leute. So schnell kann es doch mal gehen, wenn es vernünftig wird. Die sind kriminell. Die haben das gemacht, was wir eben, glaube ich, vorhatten. Jetzt haben wir das gar nicht aufgenommen, Leute. Ich habe gerade zwei Leute festgenommen. Einen habe ich geklaut von einem. Der wurde getasert, aber die gehören hier garantiert hier zusammen. Leute. Zack. Festnehmen. Nummer eins. Und festnehmen. Nummer zwei. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Hier rein. So, dann können die nämlich gar nichts mehr. Und ich. Ja, da hat er direkt Angst bekommen, Leute. Da hat er direkt Angst bekommen. Das ist kein Problem. Der kann gerne davonfahren. Vielleicht kriegen wir ihn gleich nochmal, wenn er... Das Auto machen wir jetzt aus, Leute. Ich habe mich daran schon langsam gewöhnt. Jetzt werden wir hier aber nochmal versuchen, irgendeinen Baum hochzukommen und von da aus zu blitzen, Leute. Oh, das ist schon unser erster. Das sehe ich doch schon. Zack. Haben wir da schon unseren zweiten. Da haben wir auch schon unseren zweiten. Der hat leider Sirenen an. Haben wir uns doch schon zwei Leute erwischt, Leute. Das ist doch... Perfekt. Ohne ist der falsche. Ja, zack. Das sieht gut aus. Oh, nee. Der ist nicht so gut. Den anderen kam ich besser hoch. Aber der war so doof. Der hat die Sicht irgendwie versperrt, finde ich. Guck, verstecken wir uns hier einfach. Oh, ich sehe da schon hinten einen Angeras kommen. Das ist unser Leute. Ja, komm, steck aus. Ja, ein Reifen ist auch bei dir kaputt, Kollege. So gut geht es dir jetzt auch nicht. Hoffe ich. Ach, ja. Liegen wir wieder hier. Leute, da kommt schon meine Rettung. Kollegen sind ja auch schon vorbei und schützen mich hier vorsichtig. Da hinten seht ihr schon den nächsten SEK-Sniper. Und Son Goku-Mischung mit Waffi heilt mich, Leute. Das ist doch richtig cool. Hoffen wir mal, dass für den blauen Lambo da hinten kommt er wieder. Ich sehe ihn schon. Ja. Kommt er. Er hat direkt wieder umgedreht, weil er gesehen hat, was hier auf einmal los ist. Er umdreht da hinten direkt. Also, nee. Ich habe nur einen Stern, aber das tue ich mir doch nicht an. Was? Der ist kriminell? Niemand hat was gemacht? Oh Mann. Ja gut. Seid ihr gegönnt, natürlich. Ich wünsche aber eigentlich, dass der mich noch ein bisschen heilen würde. Ich würde jetzt ungehelle meine Kekse hier auffuttern. Muss ich doch ein bisschen meine Kekse auffuttern. Sonst bin ich hier gleich direkt wieder K.O. Oh nein. Da habe ich wieder mehr Leben verloren, als es mir lieb ist. Nein. Sehr schön. Wenigstens einen abkassieren können. Garst in Gotham-Stelle wird wieder ausgeraubt. Wir bleiben erst mal hier, Leute. Der hat auch Sirenen an. Alles erst mal safe hier. Feuerwehr ist das. Irgendwo brennt es wohl gewaltig, Leute. Ich glaube, hier ist auch schon ein guter Ort. Ich glaube, dass wir ihn nicht ignorieren müssen. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Der blaue Lambo. Ich wusste, dass wir ihn nicht ignorieren müssen. Seht ihr das? Warum leckt das denn jetzt auf einmal so? Wenn ich hier den Sturz überlebe. Zack. Er ist natürlich weg. Der will es wissen heute, Leute. Aber gucken, ob wir den am Ende der Folge noch ins Gefängnis bringen. Leute, ich wollte eigentlich nur aufs Dach. Aber irgendwie bin ich runtergefallen. Oh Mann. Hey, Leute. Das war das Video. Mir hat es wieder mega Spaß gemacht, Leute. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch noch schöne restliche Feiertage. Oder besser gesagt Ferien, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.